Das Volk des Herrn war viele Jahre schon auf dem Weg in das von Gott versprochene Land. Da murrten sie laut bei jeder Gelegenheit. Und die Glaube schwankte wie ein Schiff im Wind und sie wurden ungeduldig, hart und stur. Doch Gott sagte ihnen dann, ihr müsst noch weiter durch die Wüste hineinziehen, um Geduld zu lernen und auf mich zu hören und nicht mehr zu rebellieren. Ihr könnt mir vertrauen in der Zeit der Prüfung, denn ich kenne eure Zukunft sehr genau. Kennst du auch Stunden, die das Volk des Herrn, wo du ungeduldig wirst und rebellierst, wo Gott dich dann bittet, still zu sein, doch du bist taub. So planst du dein Leben dann und wunderst dich, wenn Gebete nur bis an die Decke gehen. Doch Gott sagt dann zu dir, du musst noch weiter durch die Wüste sehnei ziehen, um Geduld zu lernen und auf mich zu hören und nicht mehr zu rebellieren. Du kannst mir vertrauen in der Zeit der Prüfung, denn ich kenne deine Zukunft sehr genau. Wenn Gott an manchen Tagen zu mir spricht und mir Sinn und Ziel in meinem Leben zeigt, dann fühle ich Wärme und deine Kraft, die trägt. Doch wenn Schwierigkeiten kommen, zweifle ich und mein Glaube treibt dann wie ein Schiff im Sturm. Doch Gott sagt dann zu mir, du musst noch weiter durch die Wüste sehnei ziehen, um Geduld zu lernen und auf mich zu hören und nicht mehr zu rebellieren. Du kannst mir vertrauen in der Zeit der Prüfung, denn ich kenne deine Zukunft sehr genau.